Seien Sie immer vorn dabei! Remote Software Upgrades bieten neue Features sowie funktionelle und qualitative Verbesserungen für Ihren BMW. Wir kümmern uns um Sie. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie eine neue Fahrzeugsoftware mit Ihrer MyBMW App heruntergeladen haben oder falls diese während der Fahrt automatisch in Ihr Fahrzeug geladen wurde. Sobald Sie anhalten, werden Sie aufgefordert, die Upgrade-Installation zu bestätigen. Zeit für den Feinschliff. Folgen Sie den Anweisungen im Control Display. Falls Sie genauer wissen wollen, was dabei für Sie drin ist, lesen Sie die angezeigten Hinweise. Keine Zeit? Kein Problem! Sie können einen Timer für die Installation einstellen. Oder Sie erledigen es sofort. Die Installation startet automatisch, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind. Achtung! Während des Upgrades ist Ihr BMW für ca. 20 Minuten nicht fahrbereit. Stellen Sie das Fahrzeug also sicher ab, bevor Sie den Vorgang starten. Natürlich können Sie währenddessen Ihr Auto verlassen und verriegeln. Sobald das Upgrade erfolgreich abgeschlossen ist, werden Sie in Ihrer MyBMW App informiert. Die Benachrichtigung wird auch für die nächsten Fahrt im Control Display Ihres BMW angezeigt. Haben Sie noch weitere Fragen zum Upgrade? Der BMW Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Hinweis auf www.grasm.-, up- ick-